Schaut euch mal mein perverses Frühstück an. Omega 3, Multivitamin, Magnesium, Zink und BCAAs. Eigentlich müsste ich da noch ein paar von nehmen. Mit Energy, damit es morgens runter geht irgendwie, ne? Und dass ich ein bisschen wach werde. Und es ist so die erste Portion. Und dann gibt es gleich Haferflow mit Whey und ein bisschen Obst. Ich glaube halt, der denkt, wir verdienen halt echt einen Haufen Kohle so, ne? Also ich hab echt das Gefühl, der denkt, wir verdienen echt uns eine goldene Nase und den ganzen Scheiß. Unglaublich. Einnahmen und Ausgaben am Start muss auch gemacht werden. Das ist mal so die nervige Sache, ne? Wenn man selbstständig ist, dass man die Dinge auch regelt, auch rechtzeitig. Aber da kann ich jedem nur empfehlen und da bin ich auch so der Typ, ich hab einfach da nicht die größte Lust drauf. Da sollte man sich dann wirklich auch einen Steuerberater holen, weil man spart einfach Zeit. Bevor man sich da umärgert und Fehler macht, lasst es lieber professionell machen, dann habt ihr keinen Stress am Ende. Wenn man selbstständig ist, kann man ja auch einiges absetzen, Handyrechnung, Internetrechnung, meine Homepage, die Domains, Sofortüberweisung, Paypal-Module. Meine Rechnung von den Einnahmen, vor allem die Trainingspläne, Konsorengelder, Umsatzsteuer muss dann berechnet werden und so weiter und so fort. Und das nervt immer, aber muss gemacht werden. Mal wieder ein bisschen Foodprep am Start. Hier sind es wieder insgesamt 250 Gramm Reis für später, für jetzt gleich. Nach Fleisch am Start und Gemüse ist immer relativ ähnlich, aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch Tupperdosen holt, holt euch große, hohe Dinger, die man gut verschließen kann. Die sind echt ganz cool. Ich hab mir übrigens, guck mal, dieses Buch hier geholt. Power, die 48 Gesetze der Macht. Dieses Buch soll die Menschen unmenschlich machen. Und mir zu viel Macht verleiten. Hab schon von dem einen oder anderen gehört, der sich das sehr, sehr genau zu, ja, Gute getan hat und dementsprechend den Charakter etwas verändert hat. Ja, ich will einfach mal einen Blick reinwerfen. Ich hoffe, ich kann das etwas distanzierter sehen. Ich werde da nicht die Menschen danach verarschen. Da bin ich, äh, nackt irgendwie gerade. Weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich immer so warm hier drin ist. Über Snapchat und Co. kam immer wieder die Frage Übertraining und Co. Was ich überhaupt von Übertraining halte. Ganz, ganz große Antwort auf das Thema. Wenn ihr einen Trainingsplan habt, einen guten Split, wo ihr die Musclepartien gut aufgeteilt habt, zwischendrin mal eine Cardioeinheit reinbringt, könnt ihr in der Regel meines Erachtens nach sechs bis sieben Mal die Woche trainieren. Vielleicht auch ein paar Wochen lang. Ihr solltet einfach euren Körper kennen und wenn ihr einfach merkt, ihr fühlt euch schlapp, ihr merkt, es ist keine Progression mehr da von den Gewichten, ihr kommt nicht mal voran im Training, ihr fühlt euch wirklich, ja, nicht gut im Training, dann hört auf euren Körper und macht einfach mal ein, zwei Tage Pause. Für mich, äh, das Thema Übertraining, hört auf euren Körper, ihr guckt, wann ihr einfach schlapp seid, äh, hört einfach drauf und das ist eigentlich das Einfachste und Beste, was man bei Übertraining machen kann, beziehungsweise, wenn Übertraining da ist, solltet ihr das spüren und das auch wirklich ernst nehmen, ne? Und, äh, das dann, damit beantwortet, Übertraining. Nächster Tag, das Wetter ist, äh, einigermaßen noch schön und ja, ich, äh, gönne mir mal ein bisschen Eiscreme und zwar habe ich jetzt hier zum ersten Mal die Vanille-Eiscreme, Protein-Eiscreme von Iron Max, hab mal ein paar Blaubeeren reingemacht und, äh, Konsistenz ist echt so ein bisschen schmierig. Das ist so, man kann schon sagen, wie bei so einem Ben & Jerry's fast und ich probiere das Ganze mal. Man muss schon sagen, dafür, dass das eigentlich vom, äh, Protein-Gehalt eigentlich so gut ist wie ein Whey-Shake, ist es richtig geil. Probiert es auf jeden Fall, es gibt Schoko und Vanille. Möchte es jetzt so testen, ist eigentlich Vanille sogar noch mein Favorit, schmeckt mir sogar noch besser als Schoko. So, so eine Blaubeere hier, eine geile Protein-Bombe und schmeckt saugeil. Auf geht's im Training, Sport, Freunde, Unterkörper steht da und ich kann endlich mal wieder leicht Knie-Bohin machen. Dann machen wir heute mal ein kleines, äh, Check-Up, wie das aussieht bei mir, mich trifft den Philipp noch. Ähm, wir überlegen vielleicht so eine kleine Seminar-Reihe zu machen. Ja, wir haben das immer schon überlegt, so eine Seminar-Reihe für, ähm, ja, so Grundübungen, so Basics, ja, so, dass man ein bisschen in die Städte geht, in die Gyms und einfach mal so das Grundwissen weitergibt. Ähm, Ernährungs-Seminar und, äh, ja, ich treffe ihn jetzt gleich im Training und wir gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen was planen, was für euch auf die Beine stellen. Ihr könnt ja auch einfach mal hier reinkloppen in die Kommentare, ob ihr Interesse habt an sowas. Und das sind natürlich in kleinen Gruppen, dass man natürlich auch intensiv da rangehen kann, maximal vielleicht zehn Leute. Ja, aber erst mal schön Gewichte wegscheppern, ne? So, guck mal, wer da ist, äh, den kennt ihr vielleicht. Guten Tag, wer bist du denn? Tag. Machst du schon eine Übung? Ich pose schon mal, ich pose mich schon mal. Warm-Up-Übung? Zeig dir mal ganz kurz nochmal den Warm-Up. Ja, okay, zeigen wir den nochmal. Du musst Trommel machen. Achso. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Parkplatz, ey. Ja, hier ist richtig mangelbar, aber mit Parkplätzen. Ja, ist noch. Und, äh, mach ganz schnell. Philipp, wann gehen wir eigentlich mal hier in die Grimango-Bar? Muss eigentlich, ne? Das ist die geiles Karaoke-Bar. Da sind Muddys und Touristen, da geht's richtig ab. Da kann man sich mal richtig rein schnallen und schön singen. Touristische Muppies. Schönwolle Petri. So, hier sind wir jetzt in dem schönsten Fitnessstudio. Philipp, probiert ihr gerade was Illegales? Was ist das denn, Philipp? Steroid-Pulver. Steroid-Pulver war hier im Training. Ich hab's mal, äh, ausprobiert, war halt da. Ich mach jetzt da einen Öffel rein, ne? Das schmeckt so eklig nach Cayenne-Pfeffer oder so. Also ich find's auch nicht gut. Das merkt, ich hab's nicht gemerkt. Das riecht, find ich gut. Ich find, das riecht ein bisschen wie Shisha-Tarbert. Ich brauch's da nicht, ja. Eklig. Das ist richtig eklig. Einer der ekligsten Booster, den ich mal probiert hab. Und klumpt auch so schön. Guck mal, richtig am Klumpen hier. Nach langer Zeit hier mal wieder an die Knie beugen. Wenig Gewicht. Gewicht ist ja mein Rücken ein bisschen im Arsch und dementsprechend. Da sind wir zum Absichern natürlich ein Lendengurt dabei. Nicht übertreiben, aber ich bin froh, dass ich wieder langsam reinkomme in die Bewegung. Ja, beim Warm-up der Kniebeugen hab ich grad gemerkt, dass es doch ordentlich reinzieht. Geh ich heut nur mal sicher, mach ein bisschen Isolationsübungen. Doch lieber ein bisschen Pressen, ein bisschen Strecker. Gibt dann so Tage, wo man doch mal merkt, dass es zieht. Da muss man aufpassen und vorsichtig sein, ne? So Philipp, was trainierst du heute? Ähm, der dreht mir einen Film. Ich drehe einen Film? Ja. Ich hätte auch noch mal drauf. Willst du auch mit rein? Möchtest du was sagen? Ich würde mich lieber nicht. Okay, okay. Also ich mach was für die Schulter. Ja, das sieht ja immer gut aus, ne? Aber was immer so das Phänomen ist, man sieht in der Defi immer krasser und breiter aus als in der Masse eigentlich, ne? Weil Konturenmesser kommen. Ja, die sind so schwammig aus, ne? Ja, also wenn ihr T-Shirt gut aussehen wollt, frässt viel, macht Masse. Wenn ihr im Tanktop oder oberkörperfrei, defi, ne? Wadentraining geht immer, dafür ist die Maschine hier ganz geil. Weil ich zeig euch mal, es gibt ein paar Punkte, die man beim Badentraining auf jeden Fall beachten sollte. Ganz wichtig, immer bei den Badenübungen, egal wo ihr das macht, stehen, sitzen. Ihr seid immer mit den Zehenspitzen vorne, relativ weit mit den Zehenspitzen drauf, nicht mit dem kompletten Fußball. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Beine nicht gestreckt sind, weil wir nicht aus dem Oberschenkel irgendwie mithelfen wollen oder die Baden schön isolieren wollen. Überhart sieht immer noch schlechter aus. Und dann ganz wichtig, so weit wie es geht in die Streckung gehen, ganz hoch. So weit wie möglich in die Streckung. Knie bleiben gebeugt und dann so weit wie es geht auch in die Dehnung wieder runter, ja? Da sehen wir noch, viele, die machen immer nur die Streckung, viele machen nur den hier, ja? Und dann hoffe ich mal, dass ihr eine einigermaßen gute Genetik habt, dass das auch funktioniert, ne? Ey Leute, diese Waden, das ist einfach nicht fair. Ich mache jeden Tag was dafür und es will einfach nicht. Mann, dann sieht man hier, guck mal, der Schollenmuskel ist relativ weit oben und der Wadenansatz bei mir ist erst hier. Das heißt, diesen ganzen Bereich hier, den kann ich nie zum Wachsen bringen. Weil hier der Muskelansatz nicht ist, der ist hier oben erst. Verkackter Mensch, verkackte Genetik. Ich bin jetzt hier gerade bei Philippen und der Karre drin, weil in Berlin muss man sich das nicht gehen, mit zwei Autos zum Essen zu fahren. Und am Parkplatz zu suchen, das ist Unsinn. Ja, war ein bisschen ärgerlich heute, war echt keine gute Einheit. Aber so ist das, ne? Immer weitermachen. So, jetzt gehen wir mal scheppern, was hast du da Indisch heute machen? Ja, mir fällt halt auch nichts besseres ein, irgendwie so, ne? Wir haben schon alles durch in Berlin. Das ist das schöne Bergseperat hier, ne? Schöne Bergseperat, ja. Ein neues Ufer, das ist auch was für dich, oder? Ein neues Ufer, das ist dein, was ist das genau, Philipp, ein neues Ufer? Ähm, ein Café für... Für... Homosexuelle Männer. Welche vom anderen Ufer? Genau, genau. Genau, so ist wahrscheinlich auch die Definition. Ja, schön, ne? Ja, so richtig Sommertag, Leute, ne? Ja, Wahnsinn, hätte ich schon gedacht. Boah, aber richtig schön. Träuchchen, ne? Ja, das ist schön, ja. Ja, das ist richtig schön hier. Ja, Mogul oder Mowgli oder wie auch immer. Philipp im Army Outfit und ich sehe auch gerade hier, die Menüs heißen T1, T2, T3, T4. Ich glaube, ich war bei der Ausmusterung T5, da war alles kaputt. T5 bei T5, also alles vorbei. Ich weiß nicht, ich hätte Lendenwirre, gleich raus. Und hier kannst du sogar T13 kriegen. Ja, an dem Tag bei der Musterung war, da waren alle bekifft. Wie bist du auch ausgemustert worden? Ähm, ja. Ich war nicht zurechtlos für dich. Ach so, ja. Das ist auch immer gut. Ich wollte einfach nicht. Aber ich hab nur gedacht, unnötig. Ich wollte einfach nicht. Ich dachte auch, Mensch, ne schießen ist nicht mal. Ich hab ne kurze Frage, die T4. Kann ich die auch mit Hähnchen noch bekommen? Gibt's da eine Möglichkeit? Was für ein Aufpreis oder so? Ja, ja. Dann hätte ich gern die T4 mit Hähnchen noch. Ja. Mit viel Hähnchen. Vorweg ein kleines Süppchen, da ist so ein bisschen Käse drin, so Rahmkäse. Tada. Essen fertig. Philipp hat sogar Spinat. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Kuhfladen, so ein bisschen, ne? Bisschen wie Durchfall. Was schmeckt, ne? Super gut. Bei mir gibt's, ja, das Ganze mit Currysoße, Erbsen, Hähnchen, Reis und ein bisschen Salat. Relativ standardmäßig. Ja, passt nach dem Training. Frozen-Joghurt. Da schauen wir mal. Wir wurden gerade von dem Chef relativ unfreundlich hier unterbrochen. Die Kamera guckt mich an. Also wenn die Frozen-Joghurt in Berlin geht nicht hierhin. Guck nur mich. Ich will auch nicht, dass mein Kind gefilmt wird. Würde ich niemals tun. Hör sie bitte auf, ich fühle mich selbst. Nein, tut sie nicht. Wir sind immer noch sehr schockiert hier für eine Reaktion beim Frozen-Joghurt-Laden. Und wir haben tatsächlich uns nur selbst gefilmt und uns ein leckeres Joghurt-Eis gönnen. Wir wurden so angefahren, dass wir deren Kinder filmen und sonst was. Wir haben hier wirklich die Vlog-Perspektive und es sind noch nie fremde Kinder in meinen Videos aufgetaucht. Würde ich halt auch nicht wollen, ehrlich gesagt. Aber man sieht mal, wie empfindlich manche Menschen sind. Ne, ich glaube nicht, dass es empfindlich ist. Ich glaube, das sind wirklich tatsächlich Menschen, die sonst nicht viel zu tun haben und in dem Moment sich einfach mal aufspielen wollen. Und dementsprechend, Leute, wenn ihr in Schöneberg bei diesem Laden seid, geht das lieber nicht rein, weil wenn schon der Besitzer so unverschämt mit potenziellen Kunden und mit auch vielleicht einer Werbung, die damit verbunden wäre, für ihn umgeht. Wer weiß, was da mit dem Joghurt-Eis los ist. Jetzt haben wir auch gar keine Lust mehr auf Rosen-Joghurt nach so einer Geschichte. Ganz schlimm. Ja, weil hinten mal ein bisschen reinzieht in den Rückgönnen, gönne ich mir mit meinem Massagestuhl hier ein bisschen Schiatsu. Kann man sich nach dem Training gut mal reingönnen. Eigentlich ganz lustig, das Ding. Ja, hier am Abend ein bisschen relaxen und so. Dann spiele ich gerne mal ein bisschen FIFA beziehungsweise teste gerade das Neue an FIFA 17. Ich bin eigentlich gar nicht so der Zocker. Der ein oder andere von euch bestimmt viel intensiver. Ich habe vor zehn Jahren oder so ein bisschen Counter-Strike mal gespielt. FIFA ist tatsächlich das einzige Spiel, was ich mir irgendwie jedes Jahr so mal gönne. Irgendwie bin ich jedes Jahr aufs Neue eher so ein bisschen enttäuscht, weil sich irgendwie nicht viel ändert so von der Spielphysik oder von der Grafik oder sonst was. Das Einzige, was eigentlich immer cool ist und neu ist, ist der Kader der Mannschaften, der geupdatet ist. Ich freue mich als Dortmunder jetzt wieder mit Götze zocken zu können oder Dembélé oder so. Dann spiele ich das so ein paar Wochen und dann wird es schon wieder langweilig. Ich bin auch grundlegend so, wenn ich was spiele, nicht der Typ, dass ich irgendwie so ein Spiel elendig lang durchzocken kann, sondern ich muss immer so 10, 15 Minuten daddeln und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Nächste Mahlzeit frisch aus der Tupperdose und ab damit in die Mikrowelle. Ein paar Minuten aufgewärmt. Schmeckt das natürlich dann nicht mehr ganz so geil wie an dem Tag, wo man es kocht. Meal Prep, Vorbereitung, bis alt ist. So, lecker Essen. Ein bisschen trocken, wenn man es aus der Mikrowelle holt, aber na ja, ich habe wenigstens was Vernünftiges. Später am Abend hier noch mit dem Roller unterwegs. Ich brauche noch so ein paar Kleinigkeiten. Ein bisschen was für die Haare, ein bisschen was für die Zähne, ein bisschen was für die Haut. So ein Kreml braucht man ja immer mal. Und dann merkt man irgendwie so zu Hause, dass einem was fehlt. Dann muss man schnell gucken, sonst sieht es am nächsten Tag richtig scheiße aus. Ja, ich setze mich jetzt hier an den Vlog und schneide für euch. Und guckt mal, diese Hafer-Cookies, die sind echt der Knallersports vorhin. Richtig, richtig geil. Gibt es auch von einer anderen Marke. Wenn ich irgendwie cheate oder so, ist das so eine Sache, die ich mir gerne reinknalle, damit ich wach bleibe. Ein bisschen Energy. Zucker darf sein, ist ja Masse. Und dann mache ich das Video für euch fertig. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in mein Leben gefallen. Bald gibt es immer wieder einen neuen Gürky-Vlog. Ruhig die Anregung hier unten rein, was ihr sehen wollt. In dem Sinne, haut rein. Dankeschön, ciao.